Willkommen liebe Zuschauer, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. An dem Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolfsus und Frank Buschmann. Wir haben heute eine Partie aus den Champions Playoffs für Sie. Könnte ein Riesenspiel werden, Buschi. Zuletzt konnten sie einen Sieg einfahren, soll heute nicht anders sein. Sie gehen voller Optimismus, voller Zuversicht in diese Partie. Hallo, Weyra. Salah, wichtig, dass Sie hier früh das erste Tor machen. Sie setzen damit ein Zeichen, haben hier erstmal alles im Griff. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jungberg, Ball ist erstmal weg. Salah, Touré ist das. Abgefangen von Van Dijk. Sie haben durchaus Platz auf außen. Bericic. Hallo, Weyra. Hallo, Weyra. Spiel steil. Und da haben wir es, das Tor. 2-0 steht sie hier. Sie machen einen guten Eindruck. Super dieses Zuspiel. Aber dann holt sich die Abwehr doch noch den Ball bei diesem Steifass. Varela. Berardi. Weiter dieser Angriff, da bieten sich ihnen jetzt mehrere Optionen. Ist das der Anschlusstreffer. Der Ball prallt von der Lande ins Feld zurück. War am Ende dann doch nicht entschlossen genug. Peck, dass sie da nur das Aluminium treffen. Ja, da wollten sie es vielleicht sogar zu genau machen. Sie machen weiter Druck. Jetzt ziehen sie den nächsten Angriff auf. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Und Gerard Piquet. Ball jetzt bei Perisic. Pass kommt nicht an. Aber er muss aufpassen. Sie kommen. Mohamed Salah. Schaffen sie den Anschlusstreffer. Der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausleitung schaffen. 2-1. Hier ist noch alles drin. Piquet. Ball läuft gut. Saeed Al-Owaira. Das ist Großstens. Varela. Und Marquinhos. Jetzt Salah. Sie stören früh. Und da haben sie Erfolg. Mohamed Salah. Da ist die Chance. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Salah. Salah. Chance auf den Ausgleich. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Salah. Das könnte was werden. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Ballinia. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Ballinia. Jungberg am Ball. Salah verliert den Ball. Perisic. Sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Gebe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Da muss er aufpassen. Mondi. Salah am Ball. Verlau, Mondi. Jetzt Salah. Van Dijk ist zur Stelle. Ja. Iconé. Wir hören es. Paus und Pfiff. Gleich geht es hier also weiter mit Durchgang 2. Die系 competen. 5可能. Untertitelung des ZDF, 2020 Anpfiff zur zweiten Hälfte Kein guter Ball, das war's also erstmal Dodo Gefährlich jetzt Eine sichere Parade Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich Die Ecke von Mohamed Salah Erstmal geklärt Und jetzt Lewandowski Ist es das jetzt Courtois gehalten Ganz starke Parade Sie bekommen den Ball nicht weg Und jetzt ist diese Szene beendet Der Ballverlust Mehrere Optionen hier für Lewandowski Jetzt ist er durch Der ist drin Ausgleich Ein ganz starkes Comeback Nach zwei Toren Rückstand Jetzt bin ich gespannt Was hier nach dem 2 zu 2 passiert Ferisch ist Jetzt Salah Koul Ist das das Tor? Ja, jetzt sind sie wieder vorne Da ist das Tor Ja, jetzt sind sie wieder vorne 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 schauen wir uns das noch mal an da kann er aus kurzer distanz abschließen das war dann am ende kein problem mehr den macht er sicher der neue spielstand lautet hier also 3 zu 2 ganz wichtig in dieser szene der verteidiger holt sich den ball halbe stunde dann ist das spiel vorbei jetzt wird es gefährlich aber wir sehen es ballverlust war ella das ist die krone hallo weyra sehr gut gemacht vom torhüter so wie wir hören wir wir Jetzt wird hier gewechselt. Sie spielen kurz. Ivan Perisic. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Gefahr erstmal bereinigt. Ja, das ist leichtfertig. Vertettelt den Ball. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ja, mit viel Übersicht. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Mohamed Salahmball. Ist das der Ausgleich? Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Dieses Spiel ist ein Highlight für die Zuschauer und die Offensivreihen beider Teams. Sie treffen ja, wie sie wollen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Mohamed Salah. Da erobert er den Ball. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Chance zur Führung. Und schon wieder Tor. Doppelschlag jetzt. Binnen weniger Minuten. Jetzt ziehen sie hier davon. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Pericic. Das ist cool. Ball läuft da gut jetzt. Und dann diese Unaufmerksamkeit weg ist der Ball. Doppelschlag. Doppelschlag. Dompelschlag. Doppelschlag. Doppelschlag.